an das war ein Teil der Stahlgebieter-Skill plus zwei Schnellaufladung oder 11 Prozent in Schockschaden und Resistenz und Elektroschaden plus 24 das klingt toll allein für das ist es erhöht hast du den im Inventar wenn er dann kann sein derzeit in der Angebot bei der ich habe mal mit dem Kettbewerb zu der vorher haben weil er nicht mehr ich habe das Geld erlaubt war ich kann kein Geld geben aber auch keins kann man überhaupt Geld jemand anderen geben ich weiß nicht nö nicht in diesem Spiel anderen geht es so dass Leute ihre Brücke bearbeiten können, gell Berti? ja na in anderen Spielen geht das in viel viel besseren Hustus Spielen ist niemals besser als Spider-Lens 2 sie will auch ich habe auch gut spielen vielleicht nicht unbedingt besser, aber es ist auch gut so ist alles zu tun, was mich interessiert wird in der Handel ist genauso wie mit dem Roller-Pengton Roller-Walker und so weiter, ist es ein Klasse fertig danke ja ich bin halt voll mit dem Dinger geworden eins weniger alter langsam rennt mich dieses Scheiß-Bing auf uuuuuhh wo ist es im Auto-Kick? so, Rage-Mode bam ich bin richtig im Rage-Mode hier ne Ich bin richtig im Rage-Mode hier ne ich bin richtig im Rage-Mode hier ne Eilung 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 ja halt meine, bitte nimm den Ager Medikits hier Ja das ist mein Medikums Nein ich habe Medikits gefunden, nein sind jetzt beide gestorben Achso, ja warte Deswegen sollst du nicht vorrennen, das ist auch egal, ich bin ich auch ein Schmerz. Stürb voll einfach mehr Ich bin ja nicht gestorben, aber geht ein da drauf und ruft nach Hilfe obwohl das dann im Alleinigen kriegt das ist ja nicht so gut wenigstens kriegt das alleine Halt die Schnauze Felix ich weiß nicht wie oft lange gespielt das ist glaub ich ein Klassenmord ja auch gar nicht ich hab glaub ich mehrere Karten hey wer hat die Klassenmords genommen hey Teammagazingröße plus 21% soll ich das reinhauen und Gesundheitaufbahn dafür? ja, macht Teammagazingröße für alle noch erhöhen meins machen oh, warum rennt ihr? oh sorry, aber gegen Willhelm hast du keine Schaus hey, moin Wilhelm Wilhelm, der auch das war die Flugzieher tot ok, das sind die erste Richtige entgegen, entgegen, entgegen so einen habe man noch nie gehabt ich verspreche es dir hey, der hat Ähnlichkeit mit dem aus Borderlands Dingens da, ne? 1 dort, der fett Typ, der in dieser jeden Arena dort war äh, nicht wirklich von der Größe, doch ja, wir sind ganz anderes Wesen das ist ein Roboter, kein Mensch ja, ja, aber von der Lebensanzeigung so größer hat das Leute, der hat wieder so ein Hi-Fi ne, das ist schon tot oh, geh weg oh, geh weg oh, nein, der ist Wasser, oh, kalt ne, du nicht oh, der dann gleich nebenher oder so oh, ich helfe dir, oh, das ist tot das ist gleich ich sehe es ich hab' bis rein gestochen, weißt du? ja, ich hab' ich boah oh, der Raketen wäre einfach nach dem Kaumfaden, ne? das ist schon wieder Heildinger Leute, das wird nicht jetzt gut gemacht Maga, 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 Maga boah, ich fliegt hier durch die Gegend hallo, du stehst neben mir und hältst mich nicht, danke oh, ich danke, du kriegst, du kriegst, du kriegst, du kriegst letzte neue Sendung wir dann auch, weil alte Propos bedankt dich lo, 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 der Kunde schießt irgendwelche komischen Sachen und ich hab' dabei auf mich hat er bisher noch keinen Einfänger Leute, Aga, hinter dir? ja, ich bin ja schon da ach, dankeschön lo, das hat der jetzt für'n Geschitz aufgebaut Badass Loder, hallo, helft mir bitte fertig danke lo, ne, ich hab' nicht was getötet lo, lo, der schießt dann immerzu ab so, jetzt geht's auch auf Abstand, mal ein, auf Sniper ja, ich muss doch das machen mit meiner Shotgun ewig nicht mehr, der meine gerade äh äh, äh, äh Reh, die definedide, deròr bei der der bestimmt mit leben Dankeschön haben wir noch inKE hinten nula Fernsehen Pleismat, alles ganzgemein, das, glaube ich nicht, dass das um einmal Marsen genau aber seine ausmachen würde. Geschieße die ganze Zeit zwischen die Augen, also... Ich mach ihn nur kritisch eigentlich, hauptsächlich. Ey, Feuer macht mir... Kein Kraft mehr, Wurzelt. Ja, äh, wir sind beide down, Leute, gell? Ja, Aga, renn mal hin! Ach Leute. Sorry Felix. Aga, mich kannst du nur noch retten, wenn du ganz schnell wirst. Ja, ich bin schon hier. Wow! Das Schöne ist, die Sentries lenken auf die Feinde ab. Ah, Scheiße, Schildrott. Oh Scheiße, ich hab... Er wird grad geheilt, Leute, helft mal. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Ist das nicht geil? Ich hab so viel Muni verbraucht, nicht? Ja, ich hab auch meine, fast meine ganze Muni schon drauf. Guck mal, ich weiß nicht, wieviel Schütze schon auf den William drauf gehauen. Schon ordentlich Damage gemacht. Den haben wir zusammen Damage gemacht, als das aufgefallen ist. Wir schießen alle auf den. Ja, klar, klar, aber ich hab dem auch ordentlich Schaden gemacht. Sepp, helfe einem von uns. Oder Felix. Ich bin selber am Arsch. Oh, Scheiß-Better-Loader. Oh, das ist ein Heilddinger. Das war's. Ja, für mich auch, glaube ich. Ey, vielleicht kann ich ja jetzt Muni kaufen. Ach, du mich auch, du Scheißvieh. Oh, da ist das Heildding. Boah, Sepp. Danke, das war arscharf. Ich hab's grad gesehen. Nein, der hat mich unter die Schlucht geworfen. Ärgerlich. Nee, der hat kein Muni gekauft. Oh, ich bin schon wieder down. Alter, dieser Kack-Badass-Dinger. Ja, ja. Passt auf, der Schleitert euch die Schlucht drunter. Steht nicht zwischen ihm und der Schlucht. Das klingt so schon nicht schlau, also ich würde es wahrscheinlich nicht tun. Ich hab mich drauf geachtet. Selbst schuld. Oh, das gibt es nicht. Warte mal, ich mach den Badass-Loder. Ist glatt. Wenn ich schaff. Ja, war ganz nice, wenn du schaffen würdest. Ich shop den schon fast. Lol. Komm, 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 komm. Einmal noch. Haben gleich, haben gleich, haben gleich. Stopp, 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 stopp. Du! Ich mach den sein Schilder, Hilfe, Zap, 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 Zap! Oh, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Oh, ich hab' grad angekommen. Nein! Wer schießt mich denn, oh, fuck it. Das ist die CK, William. Hier! Oh fuck! Sagt Anton! Ja, ich bin first down. Oh, kapina Muni, kapina Muni, kapina Muni! Oh, warte, warte, warte! Oh, warte, 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 warte! Felix hat drückende Überlebensung als solange, das stimmt, das stimmt, das stimmt,. der Anstieg hohe vor der Erschung des Verheiratungsdienstes wenn es die Schöne packt werden da bin ich der Typ der ihr euch die Anteil oder war die Arschenssatz das Thema bei der Bühne hat er auch immer ich auch in der Partie da war er da nur nach dem Zweifelschüsse die Lärmung wir noch einen Punkt nur eine Bisschen haben er hätte man den ich weiß von einem ja noch die Welt ist um Kopf und am Arsch den seit Jahr doch von vorne am Arsch noch weiter gibt es nicht mehr ich hab's gerade aufgehoben das ist ja wieder jetzt ist er wieder auf die Beine Alter so jetzt gibt es Stress Hilfe! Wir haben ihn gleich los, ballert alle auf ihn. Ich hau meine Granaten drauf. So, auf die Granaten ab. Ja, heilt uns, statt jetzt irgendwelche Waffen aufzählen. Oh, hey, lol, ich bin auch down. Fuck, schieß auf den Bett, bevor du noch Betty da umkriegst. Ich heil noch was aus, ich heil noch was aus. Hey, Sepp, 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 wo bist du, wo bist du? Ja, werd auch schon geheimt. Ach, scheiße, scheiße, nein, ja. Boah, das gibt es nicht. Alter, und der Typ hat mich aber gedroppt, was ich brauch, was hier noch rumliegt. Warten da. Da werden wir wahrscheinlich, äh, ich hatte ja gesagt, dass ich noch schon spiele. Wo ist denn der Energiekerne? Oh, wartet, Alter. Was hab ich jetzt schon? Du sollst warten da vorne. Soll dir jetzt noch ein Bett essen, oder? Ja, eben. Oh, Leute. Ihr standet hinter mir. Ja, schweiße. Ich muss da auch Betty heilen, der war auch am Arsch. Ich will der AG immer wegrennen, statt hier zu helfen, dann kann ich auch nicht für. Der hätte dich auch heilen können. So, warte, ich habe, ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn. Toll, danke. Wir hatten den jetzt noch aufgeballert. Keine Ahnung. Ich habe auch gehört zur Schicht. Hm, hat man gemerkt. Es kann aber sein, dass mein Elektrosan noch gerade nicht gemacht hat. Der hat eine Ahnung. Wir sind überall Kissen gewesen. Warum haben wir die nicht geöffnet und uns Heidung geholt? Keine Ahnung. Weil wir zu dumm waren. Soll ich die Reise weitermachen, oder wollen wir mal hier noch gucken? Nein, nein. Wollen wir noch gucken. Also müssen wir im Prinzip eine Reise machen. Ich hab doch ganz normal gefragt hier. Ja, wir haben ganz normal geantwortet. Nein, genervt und laut und blöd und blöd. Das war doch. Nein. Du, jetzt darfst du. Weil es ist ein Schmerz. Nein, der hat alles noch was ist. Leute, bleibt alle ganz ruhig wie ich. Und denkt einfach über... Halt die Fresse, du musst nie was Produktives. Hey, selbst die ganze Aufnahme hier war bisher produktive Arbeit von mir. Was ist das? Besser als in den letzten Tagen. Wo kommt die Granate her? Der war von mir. Oh, was ist die Scheiße. Oh, was ist die Scheiße. In den letzten Tagen, also. Machst du's? Hört's mich nicht an. Ich kann nix dafür. Wohin? ARGA! ARGA! Ich mach selber in dem Reiseminü. Dann geht doch einfach raus vorher. Geht doch. Sanctuary, komm. Außerdem warum wohin, da war die Mission davor. Hey, wir sind hier in Sanctuary. Juuu. Zurück in die Stadt. Und dann können wir wieder in den Aufnahmen-Shop machen. Das passt ja wunderbar. Hey, ich spiel grad früh. Ja, ja, aber... Vorm Aufnahmen gestoppt. Stopp? Ja, Shop. Hätte ich bei einer gesagt. Ja, Aufnahme-Shop. Ja, Aufnahme-Shop. Ja, Aufnahme-Leben. Geh mal noch mal einkaufen, oder? Ja, natürlich. Gut gemacht. So. Auch hier noch ein bisschen Zeug. Hey, Patricia hat wieder was für uns. Ja, ne, man. Ach so, ja. Ich guck erst mal in den Laden. Hier ist ein Sniper mit 144 Schaden, aber es hat mehr. Und 6,5 Waffen zu. Krass. So, was gibt's denn so? Sniper mit 206 Schaden und Feuer. Sepp, brauchst du die? Warte mal. Lass erst mal drin. Lass erst mal rein. Da hab ich auch gesammelt worden. Hm. Ich mach's denn noch so. Hmm. Ich hab mit Leckwaffe. What the fuck. Auch unterrichtend. aber Lassenmots psychos immer für uns alle Köln und Verkauf ich ja auch noch halten da hatten wir nicht aber sinnlos ja gut hat sich erledigt das wird bald ich selber e aber muss eben sich so als er jemanden wie jemand war in der Waffen mit Jörg wenn ich leckte den Fleck-Schwangs nur 20 Prozent Arne die Sirena hat was für uns es schafft aus dem Tundra Express die Reine die Reine die Reihenfolge spielt keine Rolle du sollst sie alle umlegen Reihenfolge spielt keine Rolle gut so nicht ja ich habe Kletlet Beatbox Tage ach ne ihr könnt ja unten lesen ich hab Tage anstatt Heim verstanden wie ist hier rein hey Ager was für einen Sniper hast du willst du ein neues vielleicht kommt drauf an 158 Schaden und Elektroschaden zusätzlich wer hat dir deine meine Adresse gegeben den breit wir nicht haben Hürde 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 ich glaube 8 Mensch ich habe keine Willi und Geld mehr um die Hürde Zeitung zu rechnen was ich sage auch Leute Nussowel Hürde 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 er hat den Ort auszulöschen Stattdach das das war uns in der Zeit und so wird die Regie Mino dieses Bild wird die Regie mehr was erledigt werden Gerät wo man Zeit ausgehen kann ab ich bin der Hauptmann und Neuertal ich meine jetzt das Geld verzockt so wie viel Geld mehr oder was Ich hab's über 12.000? Ach so, wer ist das Erregung? Denk nicht. Gib's auch immer zu aus. Oh, Vitalitäts-Artefakt. Hm. Sag mal den willkommen mit Step. Schau nach. Kapitel 9. Entferne den Energiekern. Okay. Alle Spiele erforderlich. Ach so. Na gut, dann machen wir das beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Upsa, da brauche ich jetzt gar nicht hin. Wollte eigentlich mal gucken wegen dem Ding, das wir grad bekommen haben. Was ist denn das? Oh, ich hab noch ganz viele Waffen, die ich verkaufen kann. Ah, der Fakte. Wow, Kapitel 9. Abgehoben der Fakt. Ja, auf jeden Fall. So. Also, mach mal einen Schluss, ja? Ja. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Borderlands 2. Tschüss. Ciao.